Hallo und herzlich willkommen. Ich bekomme das grüne Licht. Die Zeit läuft ab. Die Tür bleibt offen, korrekt? Ja. Gut so. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass Sie sich angemeldet haben für den Vortrag. Es geht um das Thema Suchfunktion im Onlineshop. Vielen Dank auch für die vielen Bestandskunden, die heute da sind. Ich konnte einen kurzen Blick auf die Gästeliste werfen und die, die es noch werden wollen. Ich hoffe, es ist was für Sie dabei. Wir brauchen niemals die 30 Minuten. Heißt, es sind zwei Sachen erlaubt, sogar erwünscht. Erstens, ein Handy zücken ist erlaubt. Wird sich dann gleich klären, warum das so ist. Ein paar Sachen mit dabei und zweitens Fragen stellen. Ich werde es um die 20 Minuten brauchen. Danach unbedingt nutzen, dass wir vielleicht das ein oder andere offen besprechen und klären. Gerne. Erstens, ich bin der Simon. Ich bin COO und seit acht Jahren bei der Findologic GmbH. Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Onlineshop-Funktion und noch mehr, wie wir gleich sehen. Ich freue mich über eine Vernetzung. Das macht die Sache immer ein bisschen einfacher mit dem QR-Code. Ich habe es gerade genannt. Findologic als Anbieter im Kern. Seit 2008 unterstützen wir tolle Brands, die Sie hier auf der rechten Seite sehen. Wir machen das Ganze aus Salzburg, London und München raus. Mit über 20 Sprachen, 20 Ländern, in denen wir unsere Kunden begleiten dürfen zu den Themen. Egal, ob es B2B oder B2C ist, das spielt per se keine Rolle, da die Erwartungshaltung für die Suche immer eine ähnliche ist. Ganz kurz, bevor wir, ich habe natürlich jetzt Beispiele aus der Praxis dabei, es wird jetzt kein Sales-Pitch. Bevor wir darauf eingehen, ist mir ganz wichtig, dass Sie verstehen, wofür wir als Firma stehen, wenn Sie sich auf der Demexco bewegen, die nächsten Stunden, vielleicht sogar auch morgen und nicht nur einen Tag da sind. Es gibt sechs Anbieter zu diesem Thema On-Side-Suchfunktion hier auf dieser Messe. Heißt, das Thema ist riesig, das Thema ist wahnsinnig wichtig. Umso schöner, dass Sie bei uns sind und hoffentlich dann auch die Kollegen mit den Orangen-Schulen später besuchen in der gleichen Halle. Wir haben ein Credo, was wir verfolgen und das machen wir seit 2008. Wir sagen, wenn man etwas sucht, kostet das Nerven. Wenn man etwas findet, macht das Spaß. Heißt, wofür wir seit Ewigkeiten einstehen, ist, wir wollen Zeit und Frustration sparen. Unser Job in diesen Online-Shops ist, für die globalen Produktlisten, die ja oft tausende Produkte umfassen, eine schnellere Auffindbarkeit zu ermöglichen. Das ist unser Job, das ist das, was uns Spaß macht und hoffentlich auch bald Ihnen und Ihren Kunden. Ich habe es vorher ganz kurz genannt, wir haben nicht nur Suche im Portfolio, wir haben auch andere Sachen im Angebot. Also sprich, das ganze Thema Kategorie, Navigation kann man auch alles übersteuern, Perso, Reco, Shoppingguide. Wir gehen darauf nicht ein, wir gehen ausschließlich auf das wichtigste und zentralste Thema ein, die Suche. Die Suche ist und bleibt das Epizentrum in Ihrem Webshop, wo Sie die Möglichkeit haben, mit Ihrem Kunden zu sprechen, Ihren Kunden zu verstehen, wenn er den Webshop betrifft. Und deswegen beschäftigen wir uns damit. Ganz wichtig, alles, was ich ab jetzt sage, wird am Ende eine Frage, sag ich mal, abrunden. Wer diese Frage an unserem Messestand richtig beantwortet, bekommt zwei Wahnsinnssachen. Erstens, handgerollte, originale Mozart-Kugeln. Man muss dafür nach Salzburg, heißt, die Dame hat schon mal welche gegessen, deswegen freut sie sich schon. Die sind abzuholen, wenn man diese Frage am Ende der Präsentation richtig beantwortet. Wir schauen uns, bevor wir auf die Beispiele eingehen, ganz kurz, ich will damit nicht nerven, ich will, glaube ich, einfach nur einen allgemeinen Rahmen unterstreichen, in dem wir uns alle bewegen, egal ob jetzt Tech-Anbieter, also Third-Party oder Händler, Agentur, wie wir heute verteilt sind. Diese Grafik kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder, die ist ja durch die sozialen Medien gegangen. Es wird uns weiter verfolgen. Spätestens seit letzter Woche wissen wir auch Bescheid, dass die Core-CPI wieder gestiegen ist. Das heißt, die Inflationsdaten werden uns weiter verfolgen. Wir werden bis 2023, hoffentlich nicht länger, damit zu kämpfen haben, dass den Kunden, egal wie man es jetzt definiert, in welcher Position man gerade sitzt, das Geld nicht mehr so locker sitzen haben werden wie letztes Jahr gleiche Zeit. Heißt, es ist umso wichtiger, sich mit Themen zu beschäftigen, die konvertieren, die die Kunden, die ich teuer eingekauft habe, hinten raus auch zu Käufern macht. Auf die Zahlen brauchen wir nicht eingehen. Ich glaube, es hat jeder gelesen, wer Shareholder ist von Shopify oder Klarna mit Aktien, ist ein Leidensgenosse von mir. Wir schauen uns trotzdem noch ein bisschen weiter an diesen Peak, den es ja trotzdem gibt und diesen Dip, in dem wir uns gerade bewegen. Wichtig zu verstehen bei dieser Grafik und ich hoffe, ihr habt es auch immer so verstanden, wo ihr es gelesen habt. Wir befinden uns trotz einem Jahr Downtrend in einem absoluten Wachstumsmarkt und das ist wahnsinnig positiv. Das heißt, bitte versteht Sie mich nicht falsch, wir sind alle, wie wir hier sitzen, bullisch. Wir sind in der schönsten und abwechslungsreichsten Branche, die es gibt. Und wenn ich mir anschaue, 2020, was ja ein absolut irres Jahr war, da sind ja die Zahlen mit drinnen, wo ich keine andere Option hatte, als Online-Ware zu beziehen, es wird sich in den nächsten fünf Jahren nochmal verdoppeln. Wie gesagt, ich würde es dieser Grafik, die würde ich nicht unterschreiben, dass es jetzt linear vor allem in der 23 weiter so steigt, mag dahingestellt sein. Trotzdem, wir bewegen uns in einem wahnsinnigen Wachstumsmarkt, auch wenn die jetzige Zeit ein bisschen drückt. Das zeigt auch nicht nur der Vergleich, das waren jetzt US-Zahlen für den Markt, das sind jetzt Zahlen für weltweite Mobile-Commerce-Zahlen. Haben wir natürlich auch schöne Themen mit dabei. Linearer Wachstum von 20 Prozent. Weiterhin, ich weiß, ihr wart es auf der Demexco 2019, 2018, 2017, jeder hat gepredigt Mobile-Commerce. Mobile-Commerce ist immer noch ein Wahnsinnstrend. Da steckt richtiges Potenzial, wenn ich Ihnen sage, Sie können 20 Prozent allein Mobile noch zulegen, ist es wahrscheinlich einen Blick wert. Die Grafik will ich so wenig komplex wie möglich darstellen, aber sie ist auch wahnsinnig wertvoll für Sie als Händler. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, es ist eine Auswertung von Kriteo zu einem spannenden Trend. Wo beginnen Sie, wo beginnen Kunden zu suchen, wenn sie etwas wollen, wenn sie ein Bedürfnis haben und es stillen wollen. In diesem Dunkel-Orange sind die 2021er-Zahlen, in dem hellen Orange die 19er-Zahlen. Das heißt, wir sehen einen Wahnsinnstrend, dass der Großteil der Kunden, in diesem Fall jetzt um die 10 Prozent in zwei Jahren, abwandern von Google als Engine, um ihre Produkte zu finden. Ich lasse jetzt mal Amazon aus, Sie sehen es in der Mitte, aber wir gehen ganz nach links. Sprich, Kunden gehen direkt in ihre Shops. Kunden gehen zu ihren Brands, um die Produkte zu finden, die sie suchen. Das ist ein wahnsinnig tolles Signal, was hier diese Auswertung ergeben hat. Zuwächse auf dieser Seite von 7 Prozent bis hin zu 8 Prozent. Finde ich wahnsinnig spannend und sollte uns alle bekräftigen, dass wir uns nicht auf Marktplätze verlassen, dass wir uns auf die Brand, die wir vertreten, stärken. Auch ein schönes Beispiel, dass das nochmal unterstreicht. Messy Middle ist ein Begriff, gerne mal googeln, ich glaube, er wurde sogar geprägt von Google, beschreibt die Customer Journey im Webshop. Neben dieser Grafik definitiv auch wert zu wissen, es handelt sich um vier Momente der Wahrheit, four moments of truth. Was passiert, und schauen Sie immer auf sich selber bei diesen Ausführungen. Was sind die Moments of truth? Wir haben es vorher gelernt. Erster Moment of truth ist Research. Ich habe diesen Trigger, ich komme auf die Idee, warum auch immer. Ich brauche ein Produkt, meistens ist es ja sinnvoll. Ich brauche ein Produkt nach dem Trigger, vier Moments of truth. Erster ist Research. Und wie wir schön gelernt haben, der Research beginnt immer öfter bei Ihrer Brand. Tolles Signal. Zweiter Moment of truth. Attention. Ich bin auf meinem Lieblingsshop. Was ist Ihr Lieblingsshop? Keine Marktplätze. Peak in Kloppenburg. Gefällt mir. Wir sind auf einer Peak in Kloppenburg. Ich lande dort. Wir wissen es alle, innerhalb kürzester Zeit entscheide ich mich, hat der Webshop meine Aufmerksamkeit oder nicht. Sprich Attention. Zweiter wichtiger Moment of truth. Third Moment of truth. Experience. Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich verstanden? Klicke ich? Funktioniert es? Egal ob Navigation, Suche, Checkout, PDP. Es muss funktionieren. Dritter Moment of truth. Experience. Vierter Moment of truth. Wir finden uns da auch. Alle wieder, nehme ich an, ist Reviews. Ist dieser Social Proof. Habe ich das irgendwo auf Instagram gesehen? Oh, mein Idol trägt das. Die Reviews sagen alle. Bei 13.000 Usern, 5 Sterne. Probiere ich mal aus. Kann ich nicht viel falsch machen. Diese 4 Moments of truth kommen vor dem Purchase. Und was kommt nach dem Purchase? Das ist Teil von diesem Vortrag heute. Die Loyalität. Ich habe nichts davon, dass ich mir wie in so einem Funnel meine Kunden züchte, ziehe für teures Geld. Ich habe nur was davon, wenn ich diese Kunden behalte. Stammkunden, das wissen wir alle, sind nicht nur günstiger. Es sind die aktiven Referenzkunden, die ihre Brand überhaupt zu einer Brand machen. Heißt, wenn Sie was mitnehmen aus diesem Vortrag, bitte auch einfach diesen Satz. Es handelt sich bei der Customer Journey um keinen Funnel. Es handelt sich um eine Infinite Loop. Wenn Sie eine Marke bauen wollen, wenn Sie Loyalität langjährig anbieten wollen, ist es unumgänglich, sich damit zu beschäftigen. Und das tun auch wir. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, schon seit langem mit diesem Thema, sehr, sehr intensiv und machen manche Sachen anders als diese anderen 6 Anbieter, die Sie finden. Als der Standard, der vielleicht in Ihrem Shop-System vorherrscht. Ich habe hier ein wunderschönes Beispiel mit dabei. Starke Brand, Alpha Industries. Ich lasse das Video jetzt zweimal laufen und erkläre es. Sie werden merken, dass ein oder andere ist dort vielleicht schon ein bisschen anders als jetzt in Ihrem Webshop. Warum bieten Sie als Brand, mal die generelle Frage, bei Klick in das Suchfeld nicht erste relevante Empfehlung? Warum sprechen Sie den Kunden nicht an? Vielleicht mal mit den einfachsten Informationen. Ich weiß doch zu jedem Zeitpunkt, wonach wird gesucht. Was sind meine Top-Seller? Ja, ich kann das Ganze natürlich auch personalisiert gestalten. Also sprich, der Simon, der bekommt hier zum Beispiel die NASA-Klamotten angezeigt für Herren. Vielleicht habe ich eine einfache Segmentierung drinnen, die mir aber auch ermöglicht, direkt die Frauensachen anzuzeigen. Also ich habe hier ganz viele Möglichkeiten. Ich will auf ein paar Sachen raus. Erster Klick ins Suchfeld. Warum passiert nichts? Wir sind in 2022, da muss was passieren. Tut es. Ich schreibe Worte nicht fertig. Probieren Sie das aus bei großen Brands. Wir hatten in diesen 14 Jahren, wo wir uns beschäftigen, immer wieder im Support die Anfrage, was ist mit Teilwort suchen? Warum könnt ihr damit nicht umgehen? Algorithmen sind, was Suche betrifft, eine Katastrophe. Es gibt, glaube ich, nur noch Payment. Was schlimmer ist danach, macht keine Suche. Es ist eine Katastrophe. Was man aber anbieten sollte, ist zum Beispiel Worte vervollständigen auf das nächste sinnvolle Wort. Ich habe doch die Information. Lasst uns das machen. Nächstes Riesenbeispiel. Wie oft, wenn ich eine schöne Suggest anbiete und eine Suggest ist die erste Orientierungsfunktion. Mal auf Desktop. Wir schauen uns das gleich auf Mobile an. Warum ist die Produkte, die ich hier gezeigt bekomme, warum sind die nicht in der gleichen Reihenfolge wie auf der Suchergebnisseite? Schauen Sie sich viele Webshops an. Ich weiß, das eine oder andere klingt banal. Sie sind auch vom Fach. Es ist leider ganz oft nicht der Fall, was hier als Standard rüberkommt. Durchsuchen Sie nur Produkte, wollen Sie vielleicht auch CMS durchsuchen, haben aber später noch mit dabei. Das Ganze auf Mobile ist, wie wir wissen, nicht weniger wichtig. Vielleicht im Gegenteil sogar der höhere Wachstumsfaktor für Sie. Ich klicke in das Suchfeld. Ich habe hier wahnsinnig limited Display. Ein Drittel von diesem Display ist virtuelle Tastatur. Vergessen Sie es nicht. Auch wenn Sie sich das neue iPhone 14 Pro ziehen, dann sagen wir mal, ist vielleicht ein Viertel von dem Display virtuelle Tastatur. Ich muss diesen Platz nutzen, was wir anbieten. Und das ist nicht customized von diesen Kunden. Das ist alles, wie es vom Produkthaus aus kommt. Ich klicke ins Suchfeld. Ich habe die volle Oberfläche und ich habe die gleiche Logik wie vorher auf Desktop. Sprich, ich habe die Möglichkeit zu tippen. Vielleicht, weil es auf Mobile einfach noch nerviger ist, will ich aber nicht tippen. Ich habe meine Top-Suchwort-Vorschläge. In den seltensten Fällen machen tatsächlich hier Produktvorschläge Sinn. Nur bei Shops, die wahnsinnig starke Wiederkäufer haben, will ich direkt den Weg zum Warenkorb verkürzen. Ansonsten Orientierung. So wenig tippen wie möglich. Das ist das Credo auf Mobile. Das gleiche gilt für die Filter. Die sollten on Canvas den kompletten Screen einnehmen. Und warum nicht auch eine Voice-Funktion bieten. Sie haben es vorher gesehen. Die ist natürlich auch mit nativ verbaut. So, jetzt hört sich das alles wahnsinnig Standard an. Wir gehen einen Schritt weiter. Warum hat sich unser Suchverhalten verändert? Alles, was ich Ihnen jetzt hier auf Mobile zeige, ist das, was wir seit drei, vier Jahren auf Desktop on Mobile als neuen Standard empfinden. Ich gehe auf Google und bleibe bei Google, weil Google mir jede Frage instant beantwortet. Und zwar nicht. Ich muss nicht scrollen. Ich gehe nicht, wenn ich mich für das Wetter interessiere, auf wetter.com, werde weitergeleitet, habe das Wetter gesehen, mache eine neue Suche. Das ist doch alles keine Customer Journey. Ich bekomme in diesen Rich Snippets, Featured Snippets, Google One Box, das hat ja drei, vier Namen, alles im Header angezeigt. Warum macht das niemand im E-Commerce? Die Journey ist immer die gleiche. Und wir haben der eine oder andere mit Sicherheit Webshops, wo Ergebnismengen sehr generischer Natur sind. Also sprich, ich suche nach Brands, ich suche nach Kategorien, heißt ich habe hunderte Ergebnisse. Warum bekomme ich da nicht eine Hilfestellung, die das ähnlich, wie wir es erwarten, wie wir es täglich nutzen, abbildet. Und da habe ich einen Kunden mit dabei, der uns nutzt, der bietet in diesem Fall zu einer Brand-Anfrage, Helicon Text ist in dem Fall eine Marke, über den Suchergebnissen so eine Art Conversational Guided Shopping an. Das ist eine ganz andere Art, den Kunden zu funneln, ist eine ganz andere Art, den Kunden abzuholen. Ich mache das mal für Messer, Messer ist wie gesagt eine andere Kategorie. Da sollte man die wichtigsten Subkategorien entsprechend rausziehen, entsprechend über den Ergebnissen anbieten, wie ich es eben kenne von einer Google. Das Ganze können wir mittlerweile in vier verschiedene Absichten zu verschiedenen Skills Clustern, wie ich es gerade genannt habe. Das ist ein Unterschied, ob ich nach einer Brand suche oder nach einer Kategorie. Das ist immer das plakativste, einfachste Beispiel. Wir schauen uns das noch bei zwei anderen an, haben sie auch auf Desktop. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich die Filter regulär benutze oder ob ich darüber die Möglichkeit bekomme, schnell und spielerisch meine Ergebnismengen einzuschränken und zum gewünschten Produkt zu kommen. Wir nennen das beim Namen die Lisa, die als Engine genau das leistet. Große Ergebnismengen mit wenigen Klicks, spielend mit den Erfahrungen aus Google. Auch dieses Swipen, woher kennen Sie das? Aus Instagram. Sie kennen es wahrscheinlich von der einen oder anderen weiteren Social Media Plattformen. Eins schauen wir uns noch an für die Fußballfans, damit man sich das auch merkt. Ich suche hier ähnlicher Manier, bekomme zu potenziellen 100 Ergebnissen, wieder den Bot darüber geschalten. Das ist kein Bot, das ist eine AI. Schränke spielend ein, so wie ich es kenne und finde meinen Dress zu meinem Geburtsjahrgang. Ganz ein anderes Herangehen. Also unbedingt mitnehmen, wir wollen das Sucherlebnis, das wir von den großen Plattformen kennen, auch im Webshop. Ich habe noch zwei, drei andere Beispiele mit dabei, einfach um Ihnen zu zeigen. Es geht natürlich auch wahnsinnig spezifisch. Was dieser Kunde wunderschön macht, ist eher ein B2B. Die ganze Suggest-Funktion ist wesentlich breiter. Ich habe eine separate Artikelnummernsuche und was ich hier wahnsinnig spannend finde, einfach als Idee. Ich bin für nicht mehr da heute, als Ihnen Ideen zu geben. Auf der Suchergebnisseite alternative Suchwortvorschläge, beziehungsweise weitere Suchwortvorschläge, die auf dem ursprünglichen aufbauen, auszuspielen. Kann sich nur positiv auf SEO-Ranking auswirken. Wahnsinnig tolles Beispiel haben wir mit der Best IT gemeinsam umgesetzt. Seine auch zu finden in der gleichen Halle, glaube ich. Warum verknüpfen wir nicht in dem einen oder anderen Shop, wo Erlebniswelten ja aus gutem Grund der Ansatz sind. Ich will Leute bei mir lesen lassen, ich will Leute bei mir kaufen lassen. Warum merchen wir das nicht? Warum führen wir das nicht zusammen? Was wir hier eindrucksvoll gemacht haben bei einer Calumet Photographic, ich zeige es nochmal von vorne, das Video ist ein bisschen kurz, ist von Haus aus den Merch anbieten. Ich begebe mich in die Suche, weil ich mich zum Beispiel zu einer Canon informieren will. Habe zu jedem Zeit die Möglichkeit schon in der Suggest die CMS-Daten zu durchsuchen und zu lesen, zu konsumieren aus der Konsumentenbrille. Auf Suchergebnisseite empfehlen wir, mit einer Tab-Solution zu arbeiten. Hier wunderschön einfach umgesetzt über zum Beispiel diese Icons. Und hier unten sehen Sie es auch wieder. Was ich vorher gezeigt habe mit Lisa, ist nicht nur limitiert auf Suchergebnisseiten. Navigationsseiten werden so aufgebaut. Man kann Index-Seiten direkt so verhandeln und aufbauen. Und eines, da wird der Simon jetzt ein bisschen leise sein, einfach um Ihnen zu zeigen, wo wir uns hinbewegen. Auf der einen Seite ist es ja, was Stand heute ist. Es ist das erste Mal in der Masterclass gezeigt. Nehmen Sie es nicht für voll, was Sie hier sehen. Es ist kein Produkt, was Sie morgen beziehen können. Es ist ein Prototyp, den wir im großen Stil für einen großen Möbelhändler hergestellt haben. Schauen Sie, was möglich ist. Das widthen Sie, was bitte. Das ist ein Punkt. Vielen Dank. 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 Calumet, wo einfach ein Mammutprojekt von einer uralt Legacy-Integration auf eine Shopware 6 geflogen ist. Nur 9% Conversion Rate. Ja, wie Sie wissen, ist natürlich diese prozentuale Anzahl immer eine relative, keine absolute. Da laufen natürlich deutlich zweistellige Millionenbeträge über den Webstop, deswegen 9%. Conversion Rate. Für den einen oder anderen, der hat es schon gesehen, oh, der Simon, der zeigt ja nur Referenzen aus Shopware. Ja, wir sind komplett eigentlich systemagnostisch zu verbauen, am wohlsten fühlen wir uns tatsächlich in dieser Plattform. Dieser QR-Code gibt die Möglichkeit zum exklusiven Überblick mit ähnlichen Content, den Sie gerade gesehen haben, gerne abspeichern. Ansonsten, wir haben das auch in der Print-Version mit am Messestand dabei. Was wir am Messestand auch noch mit dabei haben, sind wie gesagt Orange Red Bull aus Fuschel, Fuschel Salzburg, macht Sinn. Und wir haben die Mozart-Kugeln mit dabei in der Geschenkverpackung. Vielleicht für die Frau, vielleicht hier direkt Essen zwischendurch, I don't know. Die Frage dazu, die es zu beantworten gibt, damit man sowas abstauben kann am Messestand, einfach hier die Haul runter und Sie sehen Find the Logic. Was war die erste Brand, die ich heute gezeigt habe? Was war der erste Webshop, wo wir diese First-Click-Interaction mit der Assisted Suggest gesehen haben? Nicht jetzt rausschreien, sonst kriegt jeder was, so viel haben wir nicht dabei. Wenn Sie es wissen, Mozart-Kugel abstauben, die Kollegen freuen sich. Wir haben noch exakt fünf Minuten für Fragen. Ansonsten sage ich wirklich herzlichen Dank. Wir sind sehr, sehr gut besetzt an alle, die sich interessiert haben. Und vielleicht noch auf das eine oder andere Gespräch an unserem Messestand. Danke. Mit Fragen ist es aber generell schwierig. Ich höre nämlich nur Messe-Lärm. Insofern, oh, die Dame bringt ein Mikro. Wer will ein Mikro? Hinten rechts, hinten links. Hallo, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Sehr spannend. Dankeschön. Wir bauen E-Commerce-Lösungen im Bereich B2B. Und da haben wir immer wieder Herausforderungen, zum Beispiel kundenspezifische Preise, kundenspezifische Segmente. Wie könnte ich mir das in Find the Logic vorstellen? Super valide Frage. Und vielen Dank fürs Aufstehen. Meistens ist es ja so, wenn niemand aufsteht, schnell wieder raus und was abholen. Wir lösen das. Und deswegen gerne diesen QR-Code scannen. Ich weiß, der Comeback der letzten zwei Jahre kann keiner mehr sehen. Mit User Groups. Heißt, ist jetzt ein bisschen ein technisches Thema. Vielleicht wir zwei ganz kurz am Messestand im Nachgang. Das Thema, wie man das löst, sind User Groups. Heißt, wir würden entsprechend schon die Information im Datenfeed segmentiert hinterlegen und wissen zu jedem Zeitpunkt für diesen Standard-B2B-Use Case, welche Preise, welche Verfügbarkeiten, welche Sichtbarkeiten für die entsprechende User Group ausgespielt werden sollen. Vielen Dank. Super Frage. Gut. In diesem Sinne. Ihr seid entlassen. Ich freue mich auf viele Gespräche. Halle runter. Mozart-Kugeln abstauben. Schönen und erfolgreichen Tag. Servus.